Alright, Mom, Mom, what up? What up? Gut, ich mach das jedes Mal am Baum entlanglaufen, um mir reinzuziehen. Äh, Mom hatte echt nen fetten Arsch. So, let's, let's go. Jetzt sollten wir eigentlich zur Mana Fortress gehen, was wir nicht machen. Wir holen Prim jetzt erstmal ihren Helm. Und irgendwo ist auch die Festung unterwegs übrigens. Vorher konnten wir noch nicht drauf landen. She dead, Indie. Ähm, ich muss jedes Mal gucken, wie sehr 3D-Karte schickt mich das jedes Mal total weg, weil du wirklich Anhaltspunkte hast. Früher war es einfach nur flach, die Karte. Und du musstest wirklich wissen, wohin. Der erste Teil von Secret of Mana. Mystic Quest Legend auf dem Gamebook. Ups, sorry, Victor. Ah, du bist mir auch kein Alien, man. Gemma. Thanks, bye. So, der geht mir jetzt erstmal noch. Meow my ass. Shut up, little. Anything secret, DC? Yo, also. Jetzt ziehen wir der alten erstmal was an. Äh, da. So, jetzt haben wir nämlich alle die identische Rüstung und können schön auf der Mana Festung rumfahren. Wusstest du nicht, hä? Make sure, Mew have everything before me. Dass es einen ersten Teil dazu gibt. Das hier ist der zweite Teil. In der Storyline. Es gibt für den GBA ein Cover. Sword of Mana, ich bin mir nicht sicher, aber das, das werde ich als ersten Teil mal spielen. Oder das Original Mystic Quest Legend. Mal schauen. Das wird auch als nächstes kommen danach, bevor ich dann das Original Circle of Mana spiele. Weil das Circle of Mana natürlich nur der zweite Teil ist. All dead. So, mal gucken, ob wir jetzt den Samen synchronized und dancen können. Wenn das so ist, gehen wir erstmal in die Festung. Yes. Wir haben nicht ein Nüsschen verbraucht, ne? Oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben nicht ein Nüsschen verbraucht. Und ich bin mir relativ sicher, great, relativ sicher, dass wir dann auch, ja, wir sollten noch Fortune auf jeden. Die Waffen upgraden. Ich denke nämlich, jetzt haben wir genug Geld. Aha. Naja, kommt bald. Da geht's hier rum. Wie er auf die Welt kommt übrigens auch. Das Baby ist schon am Start. Das ist unser Held hier. So, wir schmieden jetzt erstmal. Ich mag diese Cover-Version von diesem Song echt hart. Ohne Scheiß. Wegen E-Gitarr. Das ist der Mist. Da. Da müssen wir die Festung suchen. Yeah, E-Gitarren in your face. Ich bin bald dran, glaubst du? Warte mal. Ich wollte schmieden. Der hat sich doch da unten eingebunkert, der Sack, ne? Ajo, was dann? Ich glaub schon. Jo. Du lebst in der Vergangenheit, Minion. Au. Alle. Gefühlt alle. Uh, was ist das? Drachenspalter. Drachenspalter. Ohne rum. Drachenspalte. Nicht lustig. Ich glaub, jetzt haben wir alles. Auf Maximum, oder? Kann ich verstärkt werden? Kann ich verstärkt werden? Nice. Das ist schon nice. Also Drachenspalter sieht bestimmt auch geil aus. Ja, ist sie. Aber die vom Original find ich halt eigentlich besser. Nur muss ich sagen, diese Cover-Version hier, die gehen mir auch gut ab. Okay. Ich denk, wir gehen erstmal ein erstes Mal in die Mana-Festung. Gucken uns da ein bisschen um. Danke dafür. Sag ich ja, danke dafür. Können wir noch weiter hoch? Oh ja. Wo ist die Mana-Festung? Die kann ja wohl nicht so hart versteckt sein. Where is it? Kippo. Kippo. Ich erinnere mich dran, dass wir sehr, sehr langsam da ranfliegen mussten. Da ist es. Also auf dem SNES. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Hier geht's auch. So. Mana-Festung. Ja, nice. Let's land. Right there. Cool. Oh yeah. Hier. Das sieht gut aus. Schön nachgebaut. Da geht mir direkt einer ab. So, jetzt bin ich mal da auf die Musik gespannt. Und auch. Darauf, ob hier irgendeiner jemals irgendwas droppt. Das wir auf jeden Fall mal antesten sollten. Das da, General Quackface. Und ich bin mir ziemlich sicher, hier drin war die Musik auch fucking awesome. Ziemlich sicher. Drinnen, nicht draußen. Ähm. Zauberlevel gerade mal gucken. Oh no. Es funktioniert. Ich fasse es nicht. Hallo. Ja. Oh. Aufpassen. Eier. Eier. Drei. Drei. Ja. Drinnen war die Musik fucking awesome. Ich hab sie gerade im Hinterkopf. Wie geil die abging. Oh, oh. Ja. Der ist gefährlich. Der kommt da. Genau. Weil der mit Dark Force um sie schmeißt. Das ist halt gar nicht mal so lustig. Achtung. Musik. Ach, verdammt. Wir sind nicht so gut. Bis jetzt. Abwarte. Nee. Das Original ist besser. Ja. Das Original ist besser. Musiktechnisch. Oh, das war ein Konterangriff. Das Schmeld ist voll stark, Alter. Also, ich gucke jetzt gerade mal, wie weit wir uns hier eigentlich bewegen können. Bevor wir umdrehen müssen. Wegen Bossen. Denn das hier wird jetzt nochmal hart gefarmt. Und auch zum Leveln benutzt, by the way. Für die Zauber. Jetzt war ein guter Part. Es hat, es hat, es hat ein bisschen die Richtung. Aber es ist nicht wie das Original. Das war viel mehr pushend. Ja. Das ist zu, zu low. Ich hoffe, dass die meine Rüstung hier auch mal droppen. Aber wir gehen erstmal da rein und dann wieder raus. Hoffen, ist da meine Rüstung drin. Schokolade. Goddammit. Gebt ihm. Der Ansatz ist da, aber... Nur der Ansatz. Okay, wiederum bin ich da mal gespannt. Auf Panathoth Theme. Die. Piece of Shit. Flammenwand Stufe 5. What the hell? Wow, das macht ja gar keinen Schaden. Damn. Guess who dead? Oh. Wow. Mit der Axt wäre es schneller gegangen, bin ich mir ziemlich sicher. Bam. Oh. Nice. Level up. Great. Äh. Ja, es ist zu unrockig. Es müsste rockiger sein. Ich glaube, im Original konnte man da oben langlaufen. Es geht hier gar nicht. Schade eigentlich. Ich hoffe, dass da bald mal... Teil der besten Rüstung jobbt. Für alle. Bam. Bam. 999. Ah, der hat gesessen. Blöderseh in jedem Screen. Nee, da einfach mal, ne? Nice. Das ist die Falsche. Alright. Okay, jetzt können wir wohl die auch kommen, oder? Stückchen. Stückchen. Ich erinnere mich ans Layout eigentlich kaum noch so richtig. Bam. Oh, dear. Au. Boom. Den hat es zerlegt. Oh, schade. Ich glaube, der hat gerade ein Schild rausgehauen, oder? Ja. Scheiße. Ja, macht nichts. Zählt ja zum Leveln, ja. Gerade mal gucken, wie es aussieht mit dem Level. Also, so werden die nächsten Stunden Sequel of Mana wahrscheinlich aussehen, ja. Irgendwann muss es ja mal weg sein. Na, ist aber noch nicht. Au. Scheiße, ich bin gemoglold. Gemoglold. Oh. Schon wieder gemoglold. Ah, he is dead. Aber hier geht's nicht weiter. Dammit. Boom, der hat gesessen. Bam. Hopp, komm. Nee, auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Ich denke, es geht schneller in diesem. Kein Platz für Gelee Royale. Fuck. Ja. Nee, nee, wir leveln hier erstmal die Zauber. Indeed. What else? Aber zuerst gucken wir uns mal hier um, wie weit wir wirklich gehen können. Effektiv gesehen. So, jetzt sacken wir uns erstmal irgendwo Mana raus. Ah, wahrscheinlich aus dem da. Verteidigungsmalus. Manus. So, auf alle, bitte. Na, dann eben auf den. Bitch. Bitch. Wie ist der Level 55? Länger als Level 90 darf das sowieso nicht dauern. 99. Weil, weiter geht's ja logischerweise nicht, ja. Ähm... Nium, nium, nium. Erstmal da rüber. Ups. Mal gucken, was geht. Ehm... 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 Uh, der hat gesessen. Ja, ich glaube, so war's. Ja. Relativ sicher. Platschohr. Keine Aufwecke. Kö... Oh, nee. No. 3 – So. 3 – So. Untertitelung des ZDF, 2020